Ich glaube, die größte Stellschraube war ich selber, dass ich für mich persönlich wieder die Motivation gefunden habe nach 2017. Ich meine, ich habe auch schon 2016 meine Erfolge feiern dürfen und einfach, dass ich selber für mich diese Motivation wieder gefunden habe. Ich mir selber gesagt habe, diesen wimmelten Titel möchte ich noch und das war für mich so dieses Ziel, was ich mir auch am Beginn des Jahres gesetzt habe und ich wollte das unbedingt. Diese zwei Wochen war ich wie auf einer Mission. Ich habe nicht nach links, nach rechts geschaut und habe mich wirklich von Tag zu Tag nur auf mich konzentriert und ja, es hat geklappt und dafür brauche ich glaube ich auch noch ein paar Tage, damit ich so runterkomme und das alles realisiere. Bis zum nächsten Mal.